Ich komme nach Hause. Mutti, ich habe mein erstes Mann gehabt. Die Mutter blieb sitzt mit auf dem Mund und ging sofort außer Haus. Später habe ich das herausbekommen. Sie ging zu ihren Schwestern. Nun musste die Familie sich doch beraten. Kommt zurück und das ist das Wunderschöne oder das große Glück, das mich getroffen hat mit dieser Familie. Und sagt, Junge, wir sind dran schuld. Dein Vater hat vor zwei Jahren von der Leipziger Spielwarenmesse dir einen Seppel mitgebracht, eine Männerpuppe. Und die haben wir dir ins Bett gelegt. Du bist ja zwei Jahre schon mit einem Mann im Bett gelegt. Sie haben die Schuld auf sich genommen. Und die ganze Familie wiederum suchte nun, Gott, haben wir ein interessantes Mitglied in der Familie. Endlich mal was anderes. Und die Tanten kamen dann noch. Ach, hast du wie einen schönen Freund. Der neulich war nicht so schön, muss ich dir sagen. Also die spielten das Spiel gleich mit. Ich bin heute der Meinung, für alle, die die so empfinden, outen, 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 wenn es geht in der Zeit der Familie. Die Familie steht hinter einem wie ein Koloss. Problemlos. Für mich gab es dann keine Probleme mehr. Aber wenn ich mich. Vielen Dank.